Herzlich willkommen, liebe Gasthoferinnen und Gasthofer, hier bei uns im großen Sitzungssaal. Normalerweise treffen wir uns draußen auf dem Rathausplatz. Der Narrenbaum wird gesetzt von der Lihana und es ist großes Faschingstreiben unten auf dem Rathausplatz. Heuer ist alles etwas anders, dementsprechend ein digitaler Faschingsgruß in Ihr digitales Faschingswohnzimmer. Sie sehen mich heute im ein bisschen anderen Outfit, wie Sie es vielleicht üblicherweise gewohnt sind. Normalerweise würde ich im Rahmen des Narrenbaumsetzens ja bei den Elfen mittanzen. Das wissen nicht mehr alle wahrscheinlich. Ich wurde voriges Jahr aufgefordert, mit dabei zu sein bei den Elfern. Und ich kann jetzt schon sagen, ich habe die komplette Saison durchgetanzt. Also insofern fühle ich mich wirklich als Elfer und dementsprechend auch das Outfit. Da steht ja nun unser Narrenbaum im Jahre 2021. Ein ganz besonderer Baum, heuer mit zwei Spitzen. Besonders aber auch, weil es ruhig um den Narrenbaum ist. Ja, Narrenbaum hat eine große Tradition in Gasthofen. Seit vielen, vielen Jahren haben wir das Setzen des Narrenbaums und bedanken uns da natürlich bei der Lihana für diese Aktion auch. Mit Bäumen haben wir es ja an Gasthofen gerade. Wir hatten diese Tage einige in den Bäumen sitzen. In Gasthofen ist das gar nichts Besonderes. In Gasthofen sitzt der oberste Narren immer ganz oben auf dem Baum. Also insofern sind wir an dieser Phase immer von Spaß zu haben. Und das ist auch gut, dass wir in dieser schwierigen Zeit auch wirklich unseren Spaß haben. Und insofern der Gruß nach Hause wahrscheinlich in die Wohnzimmer zur kleinen Faschingsfeier, aber umso herzlicher von uns allen. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Lihana bedanken. Der Zenti hat mir ja vorhin Corona-konform mit Distanz den Orten übergeben. Ich weiß, es ist ein ganz besonderer Orten. Ich werde ihn natürlich auch ganz besonders wertschätzen. Auch wenn natürlich alle Veranstaltungen in diesem Fasching ausfallen, ist es mir eine besondere Ehre, diesen Faschingsorten 2021 heute überreicht bekommen zu haben. Normalerweise befinden wir uns jetzt in dieser Zeit bei den letzten Vorbereitungen zu unserem großen Faschings-Open-Air am Faschingssonntag rund um den Narrenbaum. Ich denke an die vielen fröhlichen Menschen, an die Faschingsgarten, an die Prinzenpaare. Heuer leider nichts, alles ruhig. Wir wussten im Herbst noch nicht, welche Gesetze im Januar, Februar gelten werden. Aber wir haben uns bereits damals entschlossen, keine Veranstaltungen im Fasching 2021 durchzuführen. Zum Schutz unserer Aktiven und zum Schutz der Gesundheit unserer Gäste. Nach der ausgefallenen Saison während des Golfkriegs leider nun der zweite ausgefallene Fasching in unserer 53-jährigen Vereinsgeschichte. Wir stellen heuer zum achten Mal den Narrenbaum in Gersthofen. Unser Narrenbaum-Team ist auch zuständig für den Narrenbaum in Augsburg, den wir jedes Jahr im Rahmen unserer Interessensgemeinschaft Unter-Eunerkap auf dem Augsburger Rathausplatz stellen. So kam seinerzeit die Idee, wir könnten doch auch einen Narrenbaum in unserer Faschingshochburg Gersthofen stellen. Gesagt, getan und mit Hilfe und tatkräftiger Unterstützung der Stadt Gersthofen konnte 2014 der erste Narrenbaum in Gersthofen aufgestellt werden. Der Baum soll die Stärke der Narren symbolisieren. Je höher der Baum, desto stärker die Narren. Er soll auch bis weit über die Stadtgrenzen hinaus zeigen, dass in diesen närrischen Tagen die Narrensagen haben und nicht der Stadtrat. Wir sind sehr traurig, dass wir heuer pausieren müssen in dieser sonst so närrischen Faschingszeit. Und wie auf einem der Schilder am Narrenbaum steht, haben wir einen Wunsch, dass wir 2022 wieder ganz normal unseren Fasching feiern dürfen. Es ist natürlich immer noch ein Wunsch, denn das kann uns momentan leider noch keiner garantieren. Aber wir wünschen uns, dass 2022 die Worte daheim bleiben, Abstand keine große Bedeutung mehr haben und dass der Begriff Maske wieder fest dem Fasching zugeordnet werden kann. Ich wünsche mir, dass wir alle gesund durch diese schwierige Zeit kommen und wir bald alle wieder unsere gemeinnützige Arbeit im Ehrenamt ausüben dürfen. Wir als Faschingsgesellschaft Lehana werden unser Bestes geben, damit der Brauchtum Fasching und gemeinnützige Vereinsarbeit wieder möglich sein wird. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen und bitte bleiben Sie gesund. Das Motto lautet heuer ja mit Abstand der ruhigste Fasching. Und unter speziellen Rahmenbedingungen ist es natürlich auch etwas Spezielles, das richtige Faschingspaar in dem Jahr 2021 zu finden. Aber bei dem Motto war relativ schnell klar, wer, glaube ich, das richtige Paar ist. Ich sage nur drei Stichworte zu dem Paar. Zum einen ist es ein kurzer Fasching, das passt zu den beiden, weil mit dem Arbeiten hatten es die beiden eh noch nicht so stark. Zweitens, der Fasching hat an der Stelle natürlich auch üblicherweise viele Tanzeinlagen. Die Choreografie und alles ist das, was eigentlich unsere Lehana ausmacht. Aber bei den beiden, die haben im Reden schon Schwierigkeiten, die können sich schon keine Texte merken. Wie soll denn da überhaupt eine Choreografie funktionieren? Und drittens, ein Prinzenpaar soll natürlich auch etwas fürs Auge sein. Schönheit ist natürlich von jedem und für jeden was Eigenes und jeder definiert das anders. Insofern will ich das auch Ihnen an der Stelle überlassen, das selber zu bewerten. Aber ich sage nur eines, wer von ganz unten kommt, der hat noch Luft nach oben. Mach mal eine Musik an. Nein, dir doch nicht. Nein, und dir erst recht nicht. Der Herr Bürgermeister hat doch wieder einmal einen Quatsch verzapft. Von wegen, kein Prinzenpaar. Ist ja eh schon schlimm genug, dass es wegen dem verflixten Coronavirus in dem Jahr keine Cola gibt. Aber Gasthofen ohne Prinzenpaar, das geht ja gar nicht. Das wäre ja wir, Fasching ohne Alkohol. Stimmt. Im Fasching, da saufen ja selbst die Amateure. Also her jetzt mit dem Schlüssel. Ha, darf ich vorstellen? Seine nervische Tollität, der höllenerprobte, frauenbetörende und scharfzüngige Prinz Diabolo der Erste. Tätä, tätä. Und meine hochwohlgeborene, wunderschöne, bezaubernde Lieblichkeit, Prinzessin Reinholde, die Zweieinhalbte. Tätä, tätä. Jetzt haben wir ganz schön geschleimt. Du schaust ja doch eher aus, wie ein horriger Mohrenkopf, der in Frittés reingeflogen ist. Ist dir dabei ein Zacker aus der Krone gefallen? Das geht dir gar nichts an. Du schaust ja aus, wie ein Superhen, der wohl in der Ventilator reingeflogen ist. Jetzt aber genug der Komplimente, liebe Tollitäten. Hiermit überreiche ich euch den Schlüssel des Gersthofer Rathauses. Meine Güte, dir zwei täten ja selbst in unserem Katastrophenausschuss Sitzungen nur für eine neue Katastrophe sorgen. So, lieber Herr ehemaliger Bürgermeister, sehr geehrte Online-Zuschauer, liebe Lechanesinnen und Lechanesen und sonstige Untertanen. Nachdem es in unserer Faschingshochburg der Stadt Gersthofen Tradition ist, dass das amtierende Prinzenpaar zu Beginn seiner Amtszeit Verfügungen und Verordnungen erlassen darf, werden wir euch jetzt mal erklären, was wir vorhaben. Aufgrund der uns soeben übertragenen Regierungsgewalt durch unseren ehemaligen Bürgermeister über die Narnhochburg Gasthofen verordnen wir, erstens, die nächste Stadtratssitzung wird von der Katastrophenausschusssitzung zur Kollersitzung umfunktioniert. Das könnten wir dann auch ohne Zuschauer so machen wie dir beim Frankenfasching. Sag einmal, hast du das auch am Freitag im Fernsehen gesehen? Ja, mein Gott, das war ja fürchterlich. Da haben sie ja gleich meine Fußnägel aufgerollt. Ich hab dann umgeschaltet und auf Arte eine Dokumentation angeschaut über die aerogenen Zonen des Schnittlauchs. Das war ja viel lustiger als der Frankenfasching. Ich sag's ja immer, entweder Koller oder gar kein Fasching. Du weißt, was wir noch verfügen können? Die haben doch heute auf dem Rathausplatz den Narrenbaum aufgestellt. Und weil in Gasthofen die Narren seit neuerstem am Festplatz droben, auf die Bäume drob hocken. Du, ich glaub, das waren so Berufsaktivisten, die sonst in Augsburg neben dem Rathaus in den Bretterkisten von dem Umweltcamp da hausen. Egal. Wenn da am Festplatz droben, schon die Narren auf die Bäume hocken, dann müsst der Bürgermeister Wörle und der Lechana Oberfaschingskrapfen, Jürgen Zentmeier, auch auf dem Narrenbaum auf unserem Rathausplatz rauf hocken. Dann könnten sie den ganzen Tag in das Gasthofenloch nüberschauen. Das täte ich denen gerne. Das heißt jetzt Potenzialfläche. Was hat jetzt das Gasthofenloch mit Potenz zum tun? Krampf. Da könnte man was ganz Außergewöhnliches draufbauen. Zum Beispiel so ein großer Vergnügungspark oder ein Faschingspark oder gleich gar eine Art Riesenpartyzone. Aha. Deshalb wollen die die Bahnhofstraße zur Fußgängerzone machen. Dass man ganzjährig und täglich ungehindert einen Faschingsumzug veranstalten kann. Ja. Und die alte Straßenvilla wird dann als Gasthofen-Minibar umgestaltet. Und der neue Kulturamtsleiter Uwe Wagner muss dann Cocktails für alle mixen. Jawohl. Und die Fastenzeit schafft man auch gleich ganz ab. Wir haben ja die letzten Monate in dem Lockdown sowieso schon auf alles verzichtet. Anscheinend nicht alle. Sonst hätten sie ja den Puff nicht auffliegen lassen. Gasthofen ist ja jetzt das pure Sodom und Gomorra. Du, weißt du was? Da könnte man doch so einen Rotlichtbezirk gleich bis zu St. Jakobus rauf ausdehnen. Und die Stadtpfarrkirche könnte man in St. Jack umbenennen. Und zwei Wasserbecken könnte man dann mit Whisky füllen. Dann würde vielleicht auch wieder einmal eine von der Lechana in die Kirche reingehen. Du hast so sackerisch gute Ideen, mein lieber Prinz. Leider befinden wir uns aber immer noch im Lockdown. Stimmt. Und deshalb müssen wir jetzt schnell heulen. Es ist nämlich schon gleich neine. Und die Ausgangssperre beginnt um 21 Uhr. Klugscheißer. Also, Servus beieinander. Haltet's durch. Bis zum nächsten Fasching. Bleibt's gesund. Eure Prinzessin Reinholde, die Zweieinhalbte. Und euer Prinz Diabolo, der Erste. Lech au! Und zum Abschluss möchte ich Ihnen jetzt noch einen guten Faschingsausklang wünschen. Kommen Sie gut rüber in den Aschermittwoch. Feiern Sie zu Hause in kleiner Runde mit Abstand. Aber bleiben Sie gesund. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.